Da ist auch alles voll, oder? Ja, kannst du mal rumstehen, Mann. Werde ich auf jeden Fall mit Sicherheit die Feier machen. Ich schick dir dann irgendwann noch die Rechnung und so, Kontotaten. Ja, jetzt lacht er noch. Ich brauche einen mehr für den Koop, ich lade jetzt mal klar durch die Webteam die Freunde ein, Mann. So, fangen wir mal mit... Na, mit dem Feind fangen wir mal an. Der läuft. Karabas. Läuft. Die Türkenjäger und solche Sachen sind auch dabei, also das wirklich alles mögliche. Oder Nordwind, mein Favorit. Wehrwolf. Nicht jedermals Sache, aber keine Sache. Karabas, Wehrwolf. Ja, alles da. Ey, ich bin so langsam in Vorbereitung auf die Nature. Ja. Ich brauche dich ja nicht vorzubereiten. Kann dir aber schnell losgehen. Da gehört doch ein gewisser Vorbereitung dazu. So, innerlich. Wenn du einen Ordner siehst, Rockklassiker, Top 500, da ist er quer durch den Garten von Led Zeppelin, Iron Maiden, von Halen, die alten geheimen Sachen, oder? Ja, cool. Das ist der beste Top, also wirklich, das ist, wow. Du, es geht dann gleich quasi, ne? Ich glaube, es sind wirklich 500 Stücke auch, ja. Es war mal 1000, aber ich muss es umschreiben, weil ich irgendwie nur die Hälfte bekommen habe. Ja gut, ich hau gleich den Dings raus, ne, in den Live-Filmen, da sollte man ja nicht mal rechts rumlappen. Neck, my shirona, Arrows, Mist, ja, einfach so einen guten Autendruck, was ich losen, oder? Das war ganz geil, dass ich hier runtergezogen habe. Hier, folgt ihr eigentlich meinem Kanal? Haben wir den? Nein, wir haben unseren eigenen Kanal. So, warum hau ich denn jetzt hier mal rein? Weil der Live-Tream läuft, da ist er. 比如, da ist er auch. Bitteschön. Bing. Oh, jetzt seh ich meinen eigenen Desktop! Ja. Ich seh mich selber. Hör, hier, folgt ihr eigentlich meine Kanal? Hä, hier, folgt ihr eigentlich meine Kanal? Ja, scheiße, er läuft schon. Hör, ich hau, ich den jetzt hier mal rein, weil der Live-Film läuft. Da ist er auch da. Sö, grundsäggt concernia, blind. Ich muss immer schauen, wie ich auf die Festplatte Zugriff nehme, weil jetzt kopiert es mit knapp 20 MB in der Sekunde und eigentlich sollte ich damit knapp 80 MB schaffen. Ich habe immer noch keine Ahnung, von was das abhängt. Ich muss immer schauen, wie ich auf die Festplatte Zugriff nehme, weil jetzt kopiert es mit knapp 20 MB in der Sekunde und eigentlich sollte ich damit knapp 80 MB schaffen. Ich habe immer noch keine Ahnung, von was das abhängt. Open Hardware Monitor, ich hätte auch noch viel Livestream ausbracht. Ich hätte nur noch das grüne Tuch hinten. Ich höre alles. Und zwar jetzt zweimal mal grüne Tuch hinten. Du bist eh schizophren und der andere, der bei dir wohnt auch, oder? Schizokor. Geiles T-Shirt, Gab. Ich bin schizophren und der andere, der andere wohnt auch. Ich höre alles. Du bist eh schizophren und der andere. Geiles T-Shirt, Gab. Wie geht's das? Ich bin schizophren. BING! Wie kann man das? Wie kann man noch mitnehmen? Du bist eh schizophren. Das ist ein geiles Video von Seed. Mit dem Gorilla. Kennt ihr sicher auch, oder? Das Ding von Seed. Nee. Kennst du nicht? Das ist so geil. Wo er in den Ausgang geht, seine Frau betrügen will, oder? Kurz vorhin muss er kotzen. Somit rettet er seine Ehre. Hätte nie gedacht, dass Kotze meine Ehre rettet. Wenn du es hörst, kennst du es garantiert. Kennst du nicht? Das ist so geil. Ich weiss gar nicht, hast du eine Suchfunktion im Browser. Kannst du oben etwas eingeben, suche nach. Ja, ja klar. Ah, geil. Wenn du auf die Lassie von mir gehst, das meine ich. Mach mal Pause, weil das Gespräch hat. Das muss sich keiner hören, Alter. Oh Mann. Was, was? Was hast du? Ich hab mal Pause gemacht wegen der Kurve. Wegen dem Livestream jetzt. Ja klar. Gesuche und so. Muss ja keiner mitkriegen. Ist ja bescheuert. Wenn du auf die Lassie von mir gehst, das meine ich. Na geil schön, wenn du da jetzt hörst du schon wieder. Die, die, die. Die, 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 die. Ist so ein geiles Video. Er sieht das. Geile Sache. Geil ist im Zustand. Geil ist im Bett. Ja klar. Äh ja. Wie ich auch gerecht habe. Na geil schön, wenn du da jetzt hörst du schon wieder. Die, 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 die. Hier ist es. Wer verloren ist. So ein geiles Video. Schatz, ich bin im Fernsehen. Schatz, ich bin im Fernsehen. Schatz, ich bin im Fernsehen. Siehst du mich schwenken? Hallo. Das ist so. Das ist so. Ich bin im Fernsehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hast du jetzt spielen laufen, Leute? Ja. Ich habe ihn jetzt pausiert mal. Ja, aber jetzt echt. Du bist der Captain Igloo, wie er seinen Apfelsaft. Ja, ich bin im Fernsehen. So bist du da. Kommando Cronkart, müssen wir laufen. Polato komm mal an da hin. Ich würde da Geld verlangen. Ich würde da Geld verlangen. Da werbung mal aufspielen am Anfang Stream. Hast du jetzt den Film laufen, Leute? Das ist ja dein Kanal. das kommt ja zeitversetzt drei zuschauer musste den übertragungsdienst hier leiser machen oder abstellen ist dann im video auch so wieder zu hören das nervt mich auch drei zuschauer live stream und fertig ist was ist das exakt wie war ein co-op und ice 3 mit antwitch Ich brauche noch einen vierten Mann, du darfst doch, komm mal rein. Ich brauche einen vierten Mann, gibt es eine Orgie oder was? Ich gebe dir mal den Blink, da wird nicht gelinkt. Oh, ich sehe mich selber von oben. Was hast du angerufen? Das ist eine Freundin. Das ist einfach einer, der hier rumstand und jetzt mit uns mitläuft, damit wir vier Mann zusammenkriegen. Verdammt nochmal! Was mitläuft? Der steht da, macht gar nichts. Der wartet auf den Fürstenmann, genau wie ich auch. Der ist immer noch nicht online, meine Fresse. Predator! Da hast du eine Kugel am Rechten an der Seite. Darauf habe ich doch zur Gruppe geschmissen. Dann kam ich auf. Kost Speiffall. Auere!